Hi Leute und Herzen Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Brokehaven und zwar als Familie, zusammen mit mir dabei ist heute auch die Sophie. Komm, sag doch was. Ja Leute, Sophie ist ein bisschen schüchtern, sie hat keine Lust zu sprechen. Ich rede doch. Ach so, die Sophie kann reden, wie geil. Das wird jetzt alles mit in die Folge reingeschnitten. Ende aus, das passt jetzt so wie es ist. Sophie hat so einen Schritt in der Hand, wo sie Bienen der Maya drauf hält. Ja, anstatt unsere Kinder in der Hand zu halten, Leute, das ist einfach traurig. Ich hole erstmal den Kleinen hier aus dem Krankenhaus ab. Wir haben ihn einfach da abgelegt. Warum auch immer, wir haben ihn einfach da abgelegt. Wir waren sofort zum Kindergarten zu fahren. Ich hab Mia in der Hand. Das ist prima, so. Hier, Paul, komm mit, du siehst aus wie dein Vater, wie ein Eierkopf. So, komm mit. Sieht ihr Vater oder Sohn, so, das passt. Ab nach Hause. Ah, mir fällt gerade ein, wir müssen das Haus noch bauen. Ach, egal. Komm, bauen wir doch schnell ein Haus. Wo möchtest du haben, Sophie? Mir ist das egal. Dann, wir bauen ein Panorama-Haus. Ja. Für die Kinder nur das Beste. So, hier erstmal Haus bauen. Wir nehmen einfach hier, was wollen wir machen? Wollen wir Camping machen? Dann können wir so ein Camping-Dings. Das können wir machen. Komm, lass es Camping machen. Okay. Ab zum Campingplatz. Wir haben hier übrigens den Grillmaster. Geil, feier ich. So, hier schön nach 1000 Grad. So, und jetzt hier das Baby drauf grillen. Ähm. Ich zeige Ihnen Physikunterricht. Ich mache hier schön flambiertes... Oh, jo, jo. Ich habe mich selber angezündet. Ah, und dann löscht man sich hier. Oder auch nicht. Hat das überhaupt eine Dusche? Ach ja. Brennst du auch, oder ist das bloß der Grill? Oh, äh, das ist der Grill. Ja, das Ding war teuer. Ach, ich habe mich wieder selber angezündet. Es brennt hier alles. Ich mache alles aus, 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 aus. Das Mädchen wollte sie auch noch anzünden. Was schreibt sie jetzt auf das Schild? Nihihih. Oh, guck mal, sie hat sogar einen Hund. Und warum weint sie? Wird auch ein Hund? Weiß ich nicht. Ich mag Bienen. Alles klar. Nicht weinen. Warum weint sie, wie sie aufgenommen wird? Weiß ich nicht. Ich schreibe mal Hello. Ey, Sophie, ich glaube, sie hat Angst vor dir. Ich rede mal zu ihr. Ja. Guck mal, wenn du hinterherkommst. Kennst du mich? Ich muss kurz ein bisschen Dreck wegmachen. Oh, was hat sie? Immer wenn ich vor der stehe, ist sie glücklich. Habe ich hier einen Topf, den man über Leute kippen kann? Oh, hier, guck mal, hier sind ganz viele Becher. Ich habe ihr das mal erklärt. Jetzt holt sie auch bei mir. Paul, komm mit. Ab in den Camper. Erstmal hier spawnen, dass du hier Spielzeug hast. Die Fremde soll bitte nicht in unser Haus gehen. Ey, guck mal, hier ist sogar ein Wickeltisch. Oh, wie cool. Das ist kein Wickeltisch, das ist ein Bett. Nein, das ist ein Wickeltisch hier nebendran. Hier kannst du das Baby wickeln. Achso. Hier ist auch eine Kommode oder so. Das ist ein Paket. Das Abo-Paket, Leute. Lass alle mal ein Abo da, Leute. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und Liken auch nicht vergessen. Das Abo-Paket. Oh, Mia war da drin. Ey, Leute, jeder, der jetzt abonniert hat, ihr habt einfach Mia gewonnen. Ihr habt einfach Mia aus dem Paket rausbekommen. Da gibt es aber ganz schön viele Mias. So, ich lege mich erstmal hier oben schlafen. Ja, mach das. Das war ein anstrengender Tag. Ja. Du sollst ja auch mal schlafen legen, das ist schon Nacht. Achso. Nicht Rasen mähen. Im Wohnwagen wird kein Rasen gemäht. Ey, das ist verkratzt. Die ganzen Vliesen, alles wird verkratzt. Okay, reicht jetzt auch langsam. Ja, hast du gerade einen Fußball da durch die Gegend geschossen? Ey, Sophie. Ja. Ich muss dir Rechte geben. So, wie kann ich dir das geben? Homemade. So, jetzt leg die hier neben mich. Du hast auch Rechte, oder? Ja. Ja, passt so. Licht aus. Gute Nacht. Ich brauche meinen Teddy noch. Ich brauche meinen Teddy. Ich habe Mia noch ein Tuch. Leck Mia an ihr Bett. Ich muss schlafen. Jetzt war sie einfach dann leider. Ich habe gar nichts mehr. Ja, nichts. Nee. Wie kann ich dir die Rechte hier wieder entziehen? Gib dir mal ein Teddybär, dann wirst du wirklich glücklich. Ja. Leute, holt euch nie was für Freunde. Dann habt ihr am Ende nur irgendeine, die hier irgendwelche Sachen in euer Bett rein spawnt. Und die nimmt euch euren Teddy weg. Und sie spielt mit einer Axt. Aber sonst, alles prima. Ja. Ich finde es super. Ja, solange du es klasse findest, dann ist alles prima. Ich habe bloß ein bisschen Angst, wenn du mit einer Axt neben mir einstehst. Warum? Naja, schlechte Erfahrung. Oh, was ist das denn? Hast du schon mal das Fernglas benutzt? Nee. Ich habe einen Kuchen platziert. Ja, prima. Wir essen einfach mal in der Nacht Kuchen. Okay. Warum rauchst du überhaupt nicht in den Kinderstuhl drin? Ich weiß das nicht. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Ich esse auch was. Warte. Ja. Machen wir jetzt ein schönes Frühstück. Ich auch. Ähm, falsche Taste. Ich tue mir die Pizza so weit reinschieben, dass sie sogar durch meinen Kopf durchgeht. Das ist das Mädchen wieder. Oh, die kommt rein mit dem Fahrrad. Ihr habt noch schnell geblockt. Wegen, die ist einfach gegen die Tür gelaufen. Ich habe genau im richtigen Moment geblockt. Ich mache mal ein Dressort auf. Ja, mach mal auf. Ey, Sophie. Malst du hier etwa mit meinem YouTube-Money durch die Gegend? Leute, nächstes Problem, wenn ihr eine Freundin habt. Ihr habt enorme Ausgaben. Also werdet entweder Influencer oder so. Also anders könnt ihr euch das Ganze nicht finanzieren. Oh, Sophie. Oh, schaust du dir gerade deine Sommerfotos an? Ja. Das warst gerade du im Bikini. Ich melde mich mal kurz bei Roblox an. Wie alt bin ich? Zwei. Name? Actionwolf. Benutzername? Actionwolf-YT. Und dann? Akzeptieren. Jo. Ich habe mich angemeldet. Supi. Ich habe schon wieder eine Post bekommen. Was steht da drauf? Merch. Oh, das ist Merchandise, Leute. Merchandise aus meinem Shop. Hundertprozentig. Hast du für Paul und Mia bestellt? Ja, na klaro. Ja, immer doch. Ich brauche eindeutig den Action-Merch. Ja. So. Paul, ziehe ich dir gleich an. Ich ziehe gerade Mia an. Guck. Paul ist auf einmal gelb geworden. Das ist die magische Kraft des Action-Wolf-Huldies. Wir müssen einkaufen gehen. Ja, das müssen wir machen. Wir gehen zu Fuß. Ich renne es aber ganz schön schnell. Ja. Wir haben hier Döner am Angebot. Weißt du ja den Standard-Dönerladen, wo wir essen gehen. Ab in den Supermarkt. Yeah. Geil. Yeah. Shoppen. Eigentlich wäre das dein Part. Du musstest hier hüpfen und reinlaufen. So. Wir haben jetzt hier unseren Zettel. So. Dann gucken wir mal. Okay. Prima. So. Dann nehmen wir Eis. Wir brauchen ganz viel Eis. Eis ist ganz wichtig. Es heißt draußen. Da. Und einen Apfel. Damit wir schön und kräftig gesund werden. Eine Banane. Ja, Bananen ganz wichtig. Dann noch zwei Schokoladen. Dann noch ein Sandwich. Dann Milch. Am besten, weil du auch die ganzen Kühltruhen hier alle offen lässt. Egal. Du musst den nächsten Ding nicht aufmachen. Also Kasse. Ich scanne dich mal selber. Was kommt denn da raus? 0,01 Cent. Kannst du gerade noch so bezahlen. Ja, was anderes hast du nicht gefunden. Ja. Ey, du fährst einfach mit dem Fahrrad. Hast du ein Fahrrad geklaut? Ich renne neben dir her. Ich muss schauen, dass die Folge nicht zu lang wird. Ich tue Paul jetzt noch ins Bett bringen. Und warum warst du gerade unter der Erde mit deinem Pferd? Woher hast du das Pferd überhaupt? Die nächste Frage. Ich hab ein kleines Geschenk. Oh, da ist wieder das Mädchen. So, Paul. Hier rein. Soll ich Mia auch noch da reinlegen? Kannst du machen. So, wir haben jetzt ein neues Haustier. Ja, kleiner ging das nicht. Ja. Das ist schön auf jeden Fall. Perfekt. Oh, da ist schon wieder dieses Mädchen. Ja, dieses Mädchen hier. Sie nennt sich die Nachbarin. Die stalkt uns immer. Die stalkende Nachbarin. Ich sag's euch. Sie erinnert mich irgendwie an Jojo Craft HP. Mit dem Happy Face. Ich dusch mich mal. Ja. Das ist safe. Die gleiche Familie. Ey, Leute. Sophie duscht sich. Es wird interessant. Ui, 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 ui. Da sollten wir am besten nicht reinschauen. Ich beende am besten die Folge. Das wär's erstmal. Also, gut, Leute. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Teile, falls es welche geben sollte. Aber ich glaub schon. Ja, Sophie rastet hier nochmal komplett mit ihrem Pferd aus. Genial. Schaut auf jeden Fall auch bei Sophie vorbei. Ich werd dich verlinken, falls ich es nicht vergessen sollte. Also, ich werd's eindeutig vergessen. Aber ich sag das einfach bloß so. Dann hätte ich gesagt, Leute. Haut rein. Ciao, euer Action Wolf. Bis zum nächsten Video. Oder bis zum nächsten Livestream. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.